Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kurzen Informationsvideo zu meinem 1000 Abonnenten Special. Und zwar habe ich mir überlegt, das ganze Abonnenten Special in zwei Teile zu teilen. Im ersten Teil ist das so ein Frage-Antwort-Video. Und zwar stellt ihr mir hier unter diesem Video bis zu 5 Fragen, also jeder Nutzer kann mir bis zu 5 Fragen stellen. Über mein Leben, also mein Real Life oder Gaming halt, allgemeine Fragen. Und dann im zweiten Teil muss ich mir noch überlegen, was ich da mache, vielleicht ein Gewinnspiel oder irgendwas deiner Art. Und ja, das war es eigentlich schon mit dem Informationsvideo, relativ kurz. Aber stellt hier unter diesem Video so viele Fragen wie möglich, also bis zu 5 Stück natürlich jeder. Oder irgendwelche bliebigen Fragen, die euch am Herzen liegen oder die euch gerade so einfallen. Einfach hier unter diesem Video in die Kommentare schreiben. Und außerdem wäre es mal von Vorteil, wenn ihr mal auf meiner Facebook-Seite vorbeischaut und ein Gefällt mir da lässt. Das wäre auf jeden Fall richtig geil, damit ich da immer neuesten Informationen posten kann. Der Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung zu meiner Facebook-Seite. Könnt ihr einfach mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Und ja, das war es mit dem Informationsvideo. Wie gesagt, schreibt so viele Kommentare und Fragen, wie euch nur einfallen, in die Kommentare. Und, ups, jetzt bin ich am Mikro gekommen. Ähm, ja, das war es mit dem Video. Wir sehen uns dann, ich glaube, morgen oder noch heute wieder mal gucken. Ähm, ja, bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.